Hinter Nübel steckt eigentlich eine persönliche Geschichte. Ich bin Vater von drei kleinen Jungs, die sehr ungern laufen und oft von mir befördert werden wollen. Ich nutze sehr viele Fahrräder und Lastenräder und das Thema Sicherheit war mir dort immer sehr, sehr wichtig, gerade bei Steigungen, bergab, in Bremssituationen, dass ich diese Last nicht genau kontrollieren konnte. Und das hat mir ein Gefühl von Unbehagen bereitet. Nübel ist ein Hardware-Startup. Wir entwickeln motorisierte und intelligente Fahrradanhänger. Ein Anhänger, der 100 Kilogramm in der Stadt hacken kann. Grundsätzlich spürt der Anhänger, was das Zugfahrzeug gerade macht. Synchronisiert sich dann von der Geschwindigkeit entsprechend, fährt einem hinterher, trägt die eigene Last, bremst eigenständig ab und kommt zum Halt. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Es macht richtig Spaß, mit intelligenten und motivierten Leuten zusammenzuarbeiten. Es ist etwas, worauf wir unsere Firma jetzt setzen. In Fusion 360 direkt läuft die Zusammenarbeit sehr, sehr flüssig. Wir haben gemerkt, dass die Entwickler, die mit Fusion zu tun haben, wirklich was reißen, wirklich was leisten damit. Ich schöpfe einfach davon, dass ich fertige Lösungen aus Fusion herausziehe, die ich an Lieferanten bringen kann, die Hand und Fuß haben, die wirklich sofort dann umgesetzt werden können. In Fusion 360 verwenden wir vor allen Dingen das Surface Modeling, das 3D Modellieren. Das ist wirklich ein Kernmodul und Nutzen für uns. Und im Wechsel zu Fusion 360 haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass wir mindestens doppelt so schnell sind wie vorher. Fusion 360 würde ich als die Zukunft beschreiben. Es ist die Grundlage für unsere ganze Fahrzeugentwicklung. Das ist wirklich ein Kernbaustein von unserem Erfolg. Untertitelung des ZDF, 2020